YouTube, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Wir sind gerade hier bei unseren Himmelsinseln, Freunde. Ich hab so Bock. Äh, hier war das Zocken, Freunde. Und hier Daniel schreibt schon, wo ist der Bunker, Freunde. Warte, ich hol ihn mal ab, Freunde. Und ich zeige ihm, was ich gebaut hab. Ey, Freunde, er wird wirklich ausrastig. Er sieht so nice aus. Ich glaube, er hat sich zuletzt bei dem Dings ausgelockt, Freunde. Hier bei seiner eigenen Base, Freunde. Ich muss mal gucken, wie hier meine Base ist. Wo bist du? Ich hole dich ab. So, Freunde. Ja, schade, er ist nicht hier, Freunde. Na gut. Er scheint wahrscheinlich irgendwo in der Stadt zu sein. Ich geh mal gucken, Freunde, wo der so ist. Keine Ahnung, Freunde. Wirklich absolut keine Ahnung, Freunde. Aber der soll wahrscheinlich irgendwo schon hier sein, Freunde. Keine Ahnung, Digi. Aber die Stadt wächst, Freunde. Schaut euch mal an, wie gut die Stadt hier aussieht, Freunde. Hier von oben. Das sieht schon sehr fresh aus, hier oben. Und ich finde jetzt Daniel nicht, den Bruder. Wo ist der? Ist er wahrscheinlich zu meinem Bunker schon? Kann er auch sein. Ach, hier bist du. Ist er hier, Freunde? Ich verstehe nicht, Freunde, wo der ist. Keine Ahnung, Freunde. Wie sag ich euch? Wo ist denn der Kerl? Ich check nicht, wo der ist, ne? We-Rap, Freunde, we-Rap. Wo ist denn der? Boah, ich freue dich, ich schwörs euch. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ach, dort ist der, hallo. Hier bin ich, Bruder. Hey, Junge, hier bin ich, hallo. Hey, Freunde, der hat uns wirklich gar nicht gesehen, der Bruder. Hier bin ich doch, hallo. Hier, komm mit. Komm mit, Bruder. Komm mit, Bruder. Das sieht ja korrekt aus. Und hier ist meine Insel. Ey, Bro, wie findest du es? Komm mit, Bruder. Komm mit, Bruder. Komm mit, Bruder. Normans. Himmelgatsch. 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 ich wollte dessen ehrenmann sagt ja jetzt kommt er somit mit 10 oder bestimmt kommen der gönnt ja okay ich packe uns das schwarze kohle ist mein schwarze stück damit kann man perfekt wieder mal tnt kraften was ich nicht brauche und ich bin ja hier kein das wird ja ja quindi ja 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 da ja 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 ich ich muss mal was der so baut vor die sagt ich habe ja hier so meine kleine insel freunde hat ich wird das noch viel größer gebaut heute keine angst ich meine sieht ja nicht mal so wie ich krass aus die die aber das wird halt noch fertig gebaut checkt ihr vor das okay vor dieser ich muss hier ich nehme lieber mein ganz okay ich mache das jetzt okay freut mich freunde wir haben hier nur im besucher von 22 lebewesen kommen gar nicht zwei leute kommen hier dieser frederick freude und hier ist dann egal was geht ab das ist etwas cooles freunde die insel wird noch gebaut wurde keine angst ich werde auch mal noch mein tempel kommen würde der unbesieg war wir vorne deswegen was du vor hattest das fragezeichen ok 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 gg's weg mit dir schmutzbänke schmutzberger zack zwar dein erst mal sich gesnackt hier auch ganz chillig jetzt sagt heute zwei stück hier so meine op vor ich habe ich meinen ganzen krassen loot freunde was ich natürlich als nicht meinen krassen loot aber einfach einen guten loot aha ok spaß einiges hat sich gehen durch du findest ich will mal sagen wir machen jetzt wieder ab freunde so freunde und wenn ihr euch fragt warum da ich hier so rennen kann freunde das ist weil er am cheaten ist freunde beziehungsweise ja er cheatert halt also er cheatert jetzt nicht freunde aber er hat halt gottmacht oder so hat er kann kredit gehen wurde so aber er klaut hat er nimmt kein items deswegen wollte ich mal sagen ist das an sich ja kein riesiges ich mal sagen aber ja das thema gehen wir erstmal schön zu unserem penthouse und ich habe es vermisst wir haben so lange nicht mehr hier freunde wir waren ja ich habe hier die letzten tage auch die sky base dort gebaut wurde aber ich war so lange nicht mehr hier freunde sieht alles so schön aus hier ich verstehe jetzt nicht welche er meint von er keine ahnung ich habe mal die strandvilla keine ahnung keine ahnung was der meint was der meint findest du ich meine mein penthouse finde ich cooler ja ich sag mal ehrlich freunde findet ihr mein penthouse cooler oder die strandvilla freude keine ahnung aber ich finde theoretisch meine strandvilla viel schwiegen nicer ja vor dem vier zack noch halbiger erst nicht mal ehrlich angeschaut du musst mein penthouse anschauen und das mal besser ja freunde sag ich ehrlich ich mein es viel viel nicer also das appartement finde ich viel cooler als die strandvilla freunde ich meine die strandvilla habe ich aus langweilig gebraucht aber das hier war wirklich so ein richtig krasses projekt und sogar meine toilette freunde ich muss sagen ich gebe es nicht bei toilette hier so freunde ich meine jeder musste in der toilette warum schau dir zu freunde ich meine scrollt bisschen freunde ich mache jetzt mein geschäftschen ich passe beiseite freunde aber freunde ist halt mal ehrlich mein penthouse ja viel viel besser als die strandvilla freunde da kann ich kann man sogar beim beim esstisch vorher das sieht so nice aus und hier habe ich einen ausblick auf die ganze stadt was ich sehr nice finde sogar auf meine eigene bank dort unten ich check sie gehen ab vor und hier zack das sieht mein penthouse boh ach ach Schreie, schreie, schreie. Ich bin mit meiner ganzen Liebe gelaufen. Hey, kuss Digga, ich versuche, Daniel ist ein richtig großer Ehrenmann heute. Er ist wirklich so ein Ehrenmann. Komm mal mit, komm mal mit hier. Bruder Digga, schau wie krass das hier aussieht. Hey, das sieht so wild aus hier, ne? Oha, Juge. Ah, ich dachte schon, das ist ja hier. Okay, ich bop. Entschuldige so meistens. Eigene. Äh, und. Ich bin. Und. Eine Dachte ist schon eine 10 von 10. Die Geschmacken. Also, seid mal ehrlich, Digga, was das? Was meint er vorne? Nein! Mein Gott, Juge. Ich dachte, ich habe Kreativ an, Junge. Warte. Bis hin. Ja. Dann等 dich. Ja. Hm. Turch, Inder. Keine Ahnung, Freunde, aber ich lasse es aber. So, von euch mal sagen, jetzt war es das Video. Ich habe ihm so meine ganzen Sachen, die ich gebaut habe, so gezeigt. Also die neuesten Sachen, die coolsten Sachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und teilt das Video. Und abonniert gerne den Kanal kostenlos, Freunde. Ich wollte mal sagen, das war es der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis morgen, Freunde. Haut rein, euer Zettkreis.